Weg! 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 Wir müssen mal markieren, wo die überall sind. Hast du geguckt, Mario? Überall. Es sind drei rum. Gehen wir alle mal rauf? Du bist am oberen Stock. Ja, komm mal rauf. Ich finde die Stegen nicht. Auf der Seite hinten. Es ist 1-3-Team rum, oder wie? Wie? 1-3-Team, haben wir gesehen? Ja. Schauen wir mal. Ja, zwei hier und einer hier. Nicht zu den Fenstern schauen. Ja, einfach von weit her schauen. Das ist das Fenster. Soll ich mal schauen? Ja. Schauen. Ja. Also einer ist da unten. Da unten. Da unten ist einer. Ja, und diese sind auf der anderen Seite. Da unten. Ich habe noch Dynamit um runter zu rühren. Ja. Einer hat auf mich geschossen. Ich glaube, da hinten ist er noch einmal. Ja. 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 Da hinten ist einer hinten der Hals bei. Ja. Ich bin da hinten um zu teilen. Ja. Ja. Und diese Seite waren östlich. Diese Seite in diesem Fall. Soll ich schon mit dem Käfer raus? Ich habe schon überlegt. Was war das? Ich habe nichts mehr draussen. Ich höre rumlaufen. Ah, shit. Das hat mich fast gekillt. Gut. Hast du ihn gesehen? Ich bin immer noch bei der Hals bei. Nein. Jetzt habe ich hier einen gesehen. Jetzt gehe ich mit dem Käfer raus. Mit dem Baum zu. Warte. Da ist er hinter der Hals bei. Da. Ja, er hat mich gebrochen. Er hat das Park ausgedrückt. Ja. Jetzt kommt er links von dir nach vorne. Jetzt schaut er links von dir. Jetzt geht er rechts von dir. In sehr vielen Fällen. Schauen wir genau nach hinten. Jetzt ist er rechts von dir dabei. Jetzt hat er mich einfach abgeschossen. Ich habe ihn gebrochen. Ich habe ihn gebrochen. Ich schaue noch mal. Die SCC wäre da, komm jetzt raus hinten, die Holzspiege zum Body, komm mit raus. Gute Idee, ja. Hat jemand ein bisschen anzünden? Fuck, ich komme hin. Nein, ich habe nichts anzünden, da wäre der Body. Ich komme nicht raus. Ich schaue noch einmal. Ja, sie sind jetzt irgendwo unter ihr, das ist hier und hier. Haben wir nichts? Haben wir etwas anzünden? Nein, nein. Ich bin gerade am Suchen. Das können wir auch abhauen. Warte, vielleicht komme ich etwas rüber, etwas Schlaues. Nein, nichts hier. Komm, komm zu mir, komm zu mir, abhauen. Oder wenn er zum Zweiten kommt, ist es besser, wenn die sich killen hier. Wenn die dann wieder aufnehmen, können wir abhauen. Nein, die killen wir. Also gut. Ich gehe ein wenig weg von euch. Ihr habt einen Blitz. Ich gehe nicht weg. Mal. Nein, du wolle. Ich gehe nicht bei dir. Nein, auf die Seite meine ich. Ach so. Bringt ja nichts, wenn ich bei euch zu stehe. Schade, haben wir keine Laternen. Ich muss irgendwie auf die Leiche sehen. Ich habe die Leuchtfeuer gezogen. Ich habe noch 3 Sekunden. Schade. Schade. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Ohne, komm bitte zu uns. Beide sind dort. Sind sie oben oder unten? Ohne, komm bitte zu uns. Geh eine Sätze. Ich muss wegzäcklen. Ich muss mich heilen. Aber ihr seid recht zugesetzt. Ja. Aber ich wollte nur erinnern. Wenn sie dich jetzt killen, sind wir wieder am Arsch. Schade, haben wir nichts zum Anzünden. Das gibt es doch nicht. Sonst schlägt immer ein Zeug rum. Die Scheissente, Daniel. Macht einfach zu wenig Schade. Die Fahrer waren hier auf der Seite. Ich höre wieder Wasser. Soll ich mal schauen? Ja, ja, ja. Also es ist hier unten und hier hinten eins. Sie sind wieder etwas aufgesplittet. Also wo unten? Auf meiner Seite noch. Dort oben. Oh, jetzt muss ich. Also es sind hier unten durch in dem Fall. Ich sehe sie. Ah, nein. Zombie. Ich glaube dahinten ist einer. Das war der nächste. Nur ein Warnschuss. Schau, da ist er. Da. Nein. Headshot. Headshot. Mare, kannst du mich gerade beholen von dort? Öle, zu mir. Pass auf, Öle. Er ist dort hinten. Ja, dort Öle. Dort, dort. Ja, dort hinten war er. Ein bisschen rechter noch. Ein bisschen rechter noch. Ja, dort hinten so. Die sind recht nahe. Bist du am holen? Ja. Sehr gut. Ich bin nach oben gewesen. Nein! Mare, kannst du ihn noch mal aufnehmen? Ja, jetzt geht nicht. Dann könnte ich den Sprengfass verdienen. Ich sehe ihn, da ist das Wasser unten. Ja, schön, schön. Öle, schön, ruhig. Der Zombie nervt mich gerade. Hey, wo ist ich denn da hin? Ja, das Seil weiter drauf. Ah, der Zombie. Öle, hol meine Bounty. Hol meine Bounty. Hol meine Bounty. Abartig. Nein! Öle, hol meine Bounty. Ich da nichts. Jetzt musst du hinabgehen. Mit der Pistole würde ich jetzt... Er ist gerade da hinten, gell? Nein! Es sind beide gewesen. Links und rechts. Fuck! Nichts.